Und der Typ da mit der Brille, nicht der Alte, der Andere. Ja, der da. Ja. Ja, der Personalmanager. Das ist dem Chef sein Bruder, ne? Weißt ja. Der, äh, wir haben keine weiteren Probleme und das Thema ist somit beendet. Okay, verfordert Ronny, was hat er gesagt? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wovon sie sprechen. Ja, ich hatte davon auch bitte einen Clip.